Happy Birthday Judith Rakas. Die Tagesschau-Sprecherin wurde gestern 38 Jahre alt und feierte ihren Geburtstag winterlich auf der Skipiste. Auch Frauke Ludewig genoss ihren letzten Urlaubstag in einer wunderbaren Winterlandschaft in Österreich. Über einen längeren Urlaub freut sich dagegen Bonnie Strange und grüßt mit verschlafenem Blick und ihrem halbnackten Ehemann Jakob Haupt vom Hotelzimmer nahe dem Cocoa Beach in Florida. Eva Pattberg sagt Bye-Bye Weihnachtszeit und verabschiedet ihre Christbaumkugeln, auch wenn sie das etwas traurig macht. Ein anderes Model hingegen zeigt mal wieder, was sie hat. Liliana Matthäus präsentiert auf Instagram erschreckend spindeldürre Beine. Das sieht zu dünn aus, kommentiert ein Fan zu Recht. Und Annemarie Eilfeld schickt mit diesem Video verspätete Neujahrsgrüße an ihre rund 7600 Facebook-Fans. Ich wünsche euch ein ganz, ganz frohes neues Jahr voller Gesundheit und Lebensfreude. Ich wünsche mir, dass es dieses Jahr genauso musikalisch und erfolgreich wird wie das Letzte. Ich freue mich auf euch, eure Annemarie. Und damit bis zum nächsten Update.